hallo liebe bremer sport tv freunde das studio bebt hier schon mal wir haben nämlich nächste woche dienstag ein date 20 uhr einschalten nicht vergessen und diese ganzen leute das sind nämlich meine studio gäste die werden ganz viel berichten nämlich werden oliver und annika uns die formation zeigen aslan und riton werden uns zeigen was überhaupt breakdance ist gisela und dita zeigen es mal gymnastik oder tanzen schwingen das tanzbein luis und noah florball was ist das eigentlich susanne und wolfgang take one do disziplin ist es der ort und sarah und maria schießen uns den fußball ab also einschalten nicht vergessen 19 20 uhr